halli 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 liebe rambatsammer tv freunde herzlich willkommen in unserem video deal es weihnacht ist ja so langsam weihnachtszeit man kriegt weihnachtsgefühle herbst draußen es wird kühler man hat so langsam lust und was wir heute haben sind richtig schöne artikel ich mache das licht aus weil die so wunderschön sieht guck mal die laterne sieht aus wie ein ofen wie richtiges feuer richtig schöner ofen den gibt es zweimal und die gerlande 2 meter 70 mit timer mit allem dran auch die ich mache was nicht an werden wir jetzt auspacken guck mal hier 18 stunden timer 6 stunden 18 stunden timer 35 led 2 meter 70 lang ich mache jetzt mal so ein bisschen unkonventionell auf hier da ist nämlich alles dabei zwei meter 70 ist das ganze ding lang dann macht man die auf dann kann man die nämlich sich richtig schön zurechtfummeln guck mal und richtig schön zurecht machen schau mal die ganzen zweige kann man so richtig schön draußen terrasse balkon über die tür die kann man rum machen wo man will ich mache jetzt mal so ein bisschen auseinander die kann man richtig schön rum sich zupfen wie man das möchte und das sind richtig viele zwei gedrungen guck mal wie lange das denn geht ich mache immer zwei meter siebzig ist nämlich ganz schön stückchen ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen auseinander guck mal dass man mal sieht wie lang dieses teil eigentlich ist weil zwei meter siebzig ist echt groß um die tür um um die fenster um draußen in die büche um wo immer man mag ich mache jetzt mal wieder hier so zusammen richtig richtig schön das teil batteriefach dabei time up mit dabei schlägt jetzt einfach mal dahin die ist da mit in dem deal und zwei von diesen wunderschönen laternen in echt feuer optik schauen wir hier sechs leds led licht kabellos keine brandgefahr led laterne aus dem fernsehen kennt man zwei stück gibt es da dazu und die wunderschöne zwei meter siebzig lange die er lande das ganze wollen wir machen für 21 21 würde ich sagen 21 21 21 und als versandkosten schmerz linderungsbeitrag ich weiß wir haben eben 22 22 gesagt deswegen wird hier jetzt so von allen ecken von den kollegen geguckt als versandkosten schmerz linderungsbeitrag gibt es noch mal lindschokolade dazu richtig schöne lindschokolade kost drei euro draußen drei sechs neun zwölf euro gibt es oben drauf als versandkosten schmerz linderungsbeitrag einfach dabei geschenkt guck hat noch mal drei euro drei euro drei euro ja gibt es einfach dabei so vier tafeln schenken wir dazu 21 21 alles was hier dabei ist oben und hinten vorne klicken und hohoho es werde licht